Oh, geil! Ja, wenn der Ellenbogen bisschen mehr da vorne ist. Das hier ist für mich immer ein Zeichen Einsteiger. Über 80 Prozent. In meiner Wahrnehmung ist es richtiger, wenn man als Dame das Ziel hat, dass der Damen, der Follower Ellenbogen entweder auf derselben Höhe wie des Ellenbogens ist, vom Leader, oder, und da kommt das Interessante, häufig zeigt sich, es ist besser, wenn der Ellenbogen bisschen mehr da vorne ist. Also weiter hinten dran sozusagen. Das heißt, wenn wir hier den Ellenbogen betrachten, wäre das hier aufeinander. Das hier wäre weiter vorne. Das ist richtiger. Das hier ist für mich immer ein Zeichen Einsteiger. Ich könnte jetzt wieder wie ganz viele andere Tanzlehrer Ewigkeiten drauf rumreiten, wie nicht gut das ist. Und im Auto wieder mit anderen Tanzlehrern drüber streiten, dass man Tänze abbrechen sollte oder so. Deswegen machen wir es kurz. Machen wir es kurz. Hier ist gut und da ist umso besser. Ja? Das heißt, das Ziel ist hier.